Musik Die Weissmanner Pülsbräu ist eine mittelständische Privatbrauerei hier im Frankenland. Die Brauerei ist 200 Jahre alt, über 200 Jahre. Wir haben 100 Mitarbeiter, stellen sowohl Biere her, also vom hellen Pilz über Pilz über Weißbier, alle klassischen Biersorten, bis hin zu alkoholfreien Getränken. Die Brauerei ist ein Nassbereich, das heißt, wir haben überwiegend mit Flüssigkeiten zu tun in der Brauerei, deswegen können alle mechanischen Abläufe nicht mit Strom oder mit irgendwelcher Stromenergie ablaufen, sondern wir brauchen für die Mechanik Luft. Musik Hauptsächlich dann natürlich im Bereich der Flaschenabfüllanlage, weil hier wesentlich mehr mechanische Vorgänge zustande kommen. Das Ausstoßen der Fehlflaschen auf den Transporteuren zum Füller werden mit grammatischen Pushern bewerkstelligt, so dass die Fehlflaschen ausgestoßen werden und alle guten Flaschen laufen direkt geradeaus über das Band. Um die leeren Flaschen aus den Kästen zu heben, werden sie mit Hubzylindern herausgehoben, das heißt, die Flaschen werden grammatisch angepresst, am Kopf oben werden genommen, werden herausgehoben aus dem Kasten, laufen dann durch die Flaschenabfüllanlage. Musik Und wenn die Flaschen gefüllt und fertig sind, werden sie wieder mit ähnlichen Maschinen, mit ähnlichem Greiferkopf pneumatisch genommen, in den Kasten reingesetzt und laufen dann in die Ballettierung. Musik Wir haben den ersten Drehzahnkompressor im Jahr 1997 gekauft, das war eine kleine Maschine mit 30 kW. Jetzt ist die neueste Maschine eine 55 kW Maschine, die seit kurzem bei uns läuft. Die ersetzt die anderen beiden Kompressoren, so dass die anderen beiden Kompressoren hauptsächlich Standby-Maschinen sind. Die große Maschine, die neue Maschine fährt die Hauptlast ganz alleine. Musik Die Flaschen werden sehr kalt abgefüllt und nach dem Abfüll nochmal mit Wasser gespült werden. Da war früher eine enorme Heizleistung notwendig, um die Flaschen zu trocknen und die Feuchtigkeit aus der Halle zu bringen. Heute machen wir das mit der Abluft von den Kompressoren, die bringen uns genau die wärme Menge, um die Flaschen zu trocknen. Und die Etiketten vor allem an der Flasche, wenn die zum Kunden kommen, muss das alles trocken sein. Musik Die wesentliche Entscheidung für die Drehzahnkompressoren von Atlas Copco war die, dass wir mit absoluter ölfreier Luft arbeiten können. Und es wäre fatal, sowohl für das Bier als auch für die alkoholfreien Getränke, wenn hier Öl nachweisbar wäre. Wir können alle Pneumatiklappen mit ölfreier Luft versorgen und damit ist die Sicherheit gegeben, dass ins Produkt kein Öl reinkommt. Das Frankenland ist natürlich ein sehr harter Markt, weil hier die höchste Brauereidichte der Welt ist. Aber wir haben da nach unserer Meinung eine sehr bedeutende Stellung und unser Bier wird hauptsächlich hier im Frankenland getrunken. In anderen Bereichen haben wir uns noch nicht bemüht Bier zu verkaufen, weil wir im Prinzip mit der Heimat ausgelastet sind. Musik Unser Bier erkennt man am Geschmack. Ich empfehle den Bierkennern das Bier zu probieren. Dann wird er sicher überzeugt sein, dass es eines der besten Bierte der Welt ist. Musik 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 Musik